hier ist jetzt das beispiel von einem komplett entchromten kühlergrill rahmen fertig für pulver oder lackieren man könnte es jetzt natürlich auch vergolden je nachdem welchen geschmack man hat auch schwarz rutenium schwarz beschichten aber wie gesagt man sieht hier diese eindeutigen unterschiede zum chrom dass die nickel schicht so diesen gelben touch hat und vor allem ganz wichtig der glanz der bleibt erhalten also sehr schon das verfahren mit unserem entchromen gibt es auch keinen größen limit kann also jederzeit alle möglichen teile in chromenfelgen und so weiter auch teil entchromungen sind möglich ohne dass wir irgendwas beschädigen dass wir das jetzt in dem fall verchromter kunststoff angebote einfach an info.at metzmann-galwanek.de mit fotos und maße kann man am besten kalkulieren